Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft Sky Solated mit dem Kinsey, das bin ich und dem Nutoko aufs Brot. Das bin ich. Irgendwo da hinten rumgammelt, ja. Ich bin im Häuschen, weil, wie gesagt, man sollte sich nach den Folgen ins Haus begeben, damit man nicht vom Creeper weggesprengt wird. Ja, wir haben ja jetzt direkt gleiche Session. Scheiß drauf. Ja, 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 ja. Passt schon. You're mad, I passed you. Hast du mal geguckt, wie viel Leben die anderen haben? Ist alles gut, alles gut. Äh, 25 oder sowas, glaube ich. Der Komag hat sogar nur 13. Ja, gut, beim Komag zählen sie aber doppelt. Echt, haben wir jetzt so eine Regelung? Naja, es hat sich ja keiner dazu ausgelassen, also habe ich das einfach mal selber bestimmen. Das ist ja für ihn aber schon eher ein Joker als ein Nachteil. Ja, wieso? Das, also, das verbessert sich die Gesamtsituation für ihn dadurch. Ja, klar, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, gut. Also, was heißt bessern? Äh, kommt doch an, wo drauf du das bessern beziehst, wenn du das da drauf beziehst, dass du sagst, äh, das bessert sich im, äh, und das kann ich auch mal probieren, im, äh, im, äh, Bezug darauf, dass er, ähm, alleine ist. Haha, wie witzig. Das geht ja. Dann, äh, ist ja eigentlich nicht so. Hm. So, ein da. Wo ist der jetzt, da? Ich meine, es bessert sich ja nur, äh, in Bezug darauf, ne, stopp jetzt, jetzt, jetzt nochmal. Das wollte ich eigentlich sagen, genau. Äh, es bessert sich darauf bezogen, dass er alleine ist, aber es bessert sich ja nicht, äh, also er hat ja nicht uns gegenüber einen Vorteil. Hm. So, das wollte ich jetzt. Meinst du nicht, dass er einen Vorteil hat? Hm, nö. Okay. Ich brauch noch Öl. Das Ding brauch ich auch noch. Kappa. Und das geht eigentlich. Einmal Gold, zweimal Silber. Und zwei Kappa. Ein Gold, zwei Silber und zwei Kappa. Gucken wir mal. Äh, Gold. Kein Silber mehr hier. Was? Wir haben kein Silber. Aber Silber haben wir auch noch nicht oft gebraucht, ne? Ne, stimmt. Und vielleicht noch Silberdust. So, wie viel Hives? Zehn Hives hab ich jetzt. Hab ich da noch einen hin? Dann, dann so. Ah, ich glaub, ich weiß, warum wir so wenig Silber haben. Weil wir relativ viel Gold in der Schmelze hatten. Hm. Hm. Und Gold und Gold und Silber gab, glaub ich. Denk ums. You know, what I mean? Hm, nein. Äh, Elektrum. Ah, ja, Elektrum. Müsste echt mal mehr Koppa einschmelzen. Wo haben wir denn hier noch Koppa? Koppa, 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 Koppa. Oh, Koppa. Oh, richtig viel. Äh, holen wir mal. Ich glaub 18 gehen maximal in die Schmelze. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das so geht. Oh, ne, da gehen mehr rein. 18, äh, 24 gehen maximal rein. Ach, komm. Da machen wir 24 rein. Was machst du? Erklärst du mir, wie das mit den Bienen und den Blümchen geht? Ich versteh nicht, warum hier die, warum, warum die Blätter hier verschwinden. Kann ich. Kann ich. Er verschwinden? Ja. Ja gut, die Blätter werden wahrscheinlich ohne Stamm verschwinden. Ah, der Harvester greift hier noch. Ne, kann nicht sein. Ne, die verschwinden ohne einen Stamm. Wie es Blätter halt machen. Nicht, wenn man die selber setzt. Sicher? Ja, ich hatte schon mal eine riesen Hecke gemacht. Hm. Dann kann es natürlich sein, dass der Harvester trotzdem noch greift. Oh, das wäre unvorteilhaft. Das ist unser einziges Stück Forest hier. Oh, du Stück. Aber das ist nur so eine kleine Ecke hier hinten. Da, wo der Plant hat, glaube ich, noch. Pflanzen könnte, wenn er denn könnte. Wenn er denn könnte, wenn du schönte. Ähm, ich habe keinen Sledgehammer mehr. Muss ich mir nochmal eben einen machen. Was passiert hier mit mir? Ich bin gefangen in einem Baum, aber ich will hier kein Leben. So, habe ich jetzt alles? Ich glaube, ja. Ich habe ja auch Saplings dabei. Ey. Jetzt kann ich einfach sagen, dass die Blödsinn, die haben auch Gefühle. Meinst du? Ja, klar. Fieber, alter Fieber. Meinst du, ich kann sie auch traumatisieren? Oh, ja. Kommt ein traumatisierter Baum raus, oder was? Dream on, my little dream tree. Hm, was? Auf so einen Mist zu reden, ey. Ja, schlimm. So, einmal das. Plastik, wo haben wir Plastik? Ich glaube, das habe ich hier reingepackt, oder? Äh, ist das nicht auch unten gewesen? Weiß ich nicht mehr. Aber wir haben da unten jetzt eine Energy Cell in der Technikbox, oder? Ich brauche nämlich jetzt gerade eine zum Craften. Redstone Energy Cells. Cells, Cells. Oh. Ah, fuck, das sind andere. Mist. Mist, ich kacki. Hm, hm. Hm, naja, dann muss ich mir neue machen. Ich will keine Stöcker mehr. Da noch Stöcker. Da sowieso nicht. Doch, was? Hm, hm. Sag nicht, ich muss mir jetzt wieder Stöcker machen. Boah, ich... Lead, Klaas und Redstone. Oh, Klaas. Wo haben wir denn noch Klaas? Ich weiß nicht, wir haben noch welches haben. Doch, wir haben noch. Wir haben noch... Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja! Ich bin so gut. G-U-T. Brauch mehr Redstone. Das ist noch... Rawr-Redstone! Rawr-Rubber. Ups. Ich brauche noch mehr. Äh, ich bin Redstone-Junkie. Pass auf, dass du keine Überdosis bekommst. Egal. Verdammt. Dann muss ich den nachher noch ins Krankenhaus schleppen. Legg mir am Arsch. Legg mir am was. Alles durch. Ah ja, 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 ja. Der würde da noch greifen. Deswegen kommt er wohl durcheinander mit den Blättern. Aber dann ändere doch einfach das Upgrade dementsprechend. Joa. Ich glaube, ich kann es rausnehmen. Und der Fläche würde reichen. Das ist ja nur drin wegen der Quest. Aber das Tin-Upgrade, das erweitert auch nur ganz minimal. Oder? Habe ich das falsch im... Erweitert... Hä? Ach, das ist jetzt noch der Harvester. Und wo ist der... Das ist der... Bereich vom Planter. Harvester kann ich auch von seinem Upgrade befreien eigentlich. Ah, nein, ich habe ihn gedreht. Verdammt. Ah, du bist ja doof. Ist er jetzt wieder richtig? 1, 2, 3, 4... Stack. Ja. Ich möchte dem Harvester sein Upgrade weg. Ist ja nicht stackable. So, wie weit ist deine Reichweite? Freundchen. Also das ist die vom Planter. Nehme ich an. Weil die ja hier dann angeht noch. Warum so viel eigentlich? immer noch ich habe endlich mal koron ein ist schon wieder total viel brause bei rumgekommen dann liegt es an dem scheiß art die fischerei forest high forest high forest high hat funktioniert hat sich umgewandelt ja nur nur der eine nicht der da so blöd stand wo der harvester die dinger wegnimmt habe es da ich hasse dich jetzt vertrag durch sollte best friends 36 heißt vier blöcke ja sehr gut nach mensch das ist ärgerlich na gut dann setze ich oben noch ein paar hin muss ich mir merken da brauche ich kein hinpacken also machst jetzt da artikel heißen und dann läuft das oder krieg forest high cool und die baust du mit dem scoop abbauen muss aber ich werde es machen ja was willst du sonst damit machen muss ja irgendwie das ist den gibt du kannst ja auch eine bienen farm also quasi machen das geht ja auch nur halt anders da musst du in der quest weitermachen dieses api jerry oder wie das heißt bauen okay jetzt hat die mauer auch im sinn die mauer muss weg ich brauche leitern ich mache mir einfach welche hier das könnte auch hier hinstellen da haben wir noch so viel energie konzert zwei dahin vielleicht nicht mal hin zack schon wieder zu viele leitern ist noch unter einem stack sehr schön kann ich versorgen besser nicht ich schmeiß es weg yeah mein leadstone fluxcapacitator füllt sich nice oh es ist dunkel und ich stehe am rand nicht gut cool cool ich gehe mal schlafen muss eh rein ich habe dir mal einen energetic infuser dahin gestellt sehr schön was auch immer das ist ich habe dir doch von dieser quest von diesem item erzählt was wir in der letzten quest von learning to skyblock herstellen mussten weißt du noch ja das teil was so viel energie speichern kann ja 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 und das lässt du damit auf ah ok oh alter jetzt wird's krass jetzt wird's krass überall blöcke wo ich nichts anbauen kann vier lead angles fangen wir mal klein an 1 2 fuck fuck kabel ist da oben so dann brauche ich 2 gold 4 redstone 1 2 3 4 gold 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 1 2 alter das hier das das ist krass ganz schön kompliziert so ein jetpack zu bauen ja ja sollten nicht kleine kinder machen körper 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 also zehn körper tomato seat habe ich auch dabei alles in den squeezer tag so weiter im text zwei servos haben wir glaube ich sogar noch ja wir haben sogar drei habe ich eben gesehen wir sprachen uns mal ich hole mir die mal ich hole mir die mal ich hole mir die mal ja reicht vielleicht noch einen dritten stockwerk mal sehen einen dritten stockwerk einen dritten stockwerk ja lead und tin aber das ist ja auch noch easy aber wo brauche ich jetzt zwei zwei also zwei lead zwei tin ok alter quatsch zwei lead vier tin vielleicht hätte ich doch vorher die glätter setzen sollen hätte hätte Fahrradkette ah stopp doch nur eins zack 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 und noch zwei steam dinamos uah puh 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 einmal silber zwei silber zwei silber zwei silber haben wir schon wieder kein silber mehr arg silber silber ist echt so sehr eh unhäufig sag ich mal ja das ist es krass ja wir haben schon 38 diamanten oh nice ah ich hab von silber ja hier drin haben hab ich komm ich nicht ran oder nein paar blätter hab ich aber noch wie der kinseel mal selbst gespräche führt ja so schön ja das hilft mir beim konzentrieren oh so geil hmhm so silber in die schmelze mhm hm ok ok weiter geht's noch zwei kappa gears jeweils alter vater das heißt ich brauche noch 10 20 26 kappa was hast du da schon wieder für eine party party 26 kappa ja bei dir kam gerade party mucke durch oh nein nicht schon wieder und ich hab nur 25 kappa leck mich doch am sack schon wieder kappa nachlegen ha 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 gibt's doch gar nicht spawning 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 gut mach mal weiter so mach mal weiter so das gibt's doch nicht hab ich keinen körper oooooh du bist doch verarschen doch so ein ganz klein bisschen ressourcen fressen das hier los weg mit dem silber ich muss kupfer rein machen und silber ausgießen so das hätte ich das hätte ich jetzt wird es dunkel hier oder keine blätter mehr hö ich wollte schon mal sagen und dunkel wird es noch nicht das dauert noch ein bisschen ne äh hier drin wird es dunkel meine ich alle haben uns das wollen muss ich auch noch fackeln stellen da kommt zack ähm ähm blätter genau blätter ein Apfel lecker 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 blätter 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 zwischengelagert in der Erdkiste hat er jetzt eigentlich noch Blätter schneiden an nein gut das ist gut wir haben nämlich genügend Blätter ja so hab ich noch was zu essen äh ein bisschen ich hab mal ein bisschen silber gemacht so 45 eisen äh silberindex ich hab aus silber hab ich eiseningetz gemacht ich beherrsch die Alchemie hä 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 ja wie auch immer ja wie auch immer oh man 5 Minulium ingots haben wir sogar noch da drin ey sauber das ist doch hübsch schick schön he schick schön hm ja komm ah ne ah ne der ist einer der ist forest hive ich weiß jetzt nicht ob ich die noch stehen lassen sollte oder gleich wecheln kann kannst du hier rein stehen bleibste tschuldigung na 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 zack 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 hm ich sag dir was ich komme gleich zu dir zu in den schmelze und dann schauen wir mal alles leer alles leer da hat es auch nicht geklappt und da auch nicht halt die klappe hat nicht geklappt so weiter 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 ich beeile kriege ich vielleicht diese folge noch die jetpacks hin spät unserer nächsten ja so einen ich mach nur einen oh brauchen ja eigentlich nicht beide parallel jetpacks oder na reicht wenn ich eins hab pfff kannst du einen craften das ist mir glaub ich zu anstrengend ja das ist auch echt ätzend jetzt brauch ich ne ich brauch sogar noch mehr was ist denn jetzt passiert wieso passiert sowas immer weil du es verdient hast nein nein ich glaube ich will gar nicht wissen was er gemacht hat oh dieser blöde oh nein der harvester kommt weg was hast du gemacht der kommt weg ich habe nichts gemacht der harvester hat gemacht und was nur scheiße am bauen ist er ok ich stelle den mal dahin dass er aus ist oh der hat meine ganze arbeit zernichte gemacht mh harvester wird gerade pausiert gibt gerade kein holz ok ich muss das reparaturarbeiten machen jetzt man ey oh wie mich das gerade ärgert oh nein ich brauch ja noch so ein ding oh alter das ist so krass viel ressource gefucke alter ressource gefucke alter brauche ich noch zwei steam dinamos alles klar bei dir also nochmal 26 kupfer alter langsam wird's fickerisch redstone und kupfer brauche ich noch ok heute wird's definitiv nix mehr na ich weiß was ich mit dem kupfer kupfer ja genau ich bringe ihn wirklich darüber auf die andere plattform mache ich auch noch automatisch weizenfarm mit rein möhrenfarm möhren und weizen müssen reichen möhren und weizen da kann der kiebs hier reizen äh whatever ja genau ist das ein swampland ja du hast ja noch meinen hammer sehe ich gerade dein hammer ja ja stimmt brauchst du den so ich wollte eigentlich gleich ein bisschen kupfer machen aber komm kann ich behalten ist mir egal schauen so rein ok ok ah ja da kommt noch ein hyphen das wird dicht gemacht und das wird auch dicht gemacht Prozent oh wie dunkel vorresten wunderbar zwei vorresten ein artikel fischl fischlarte der läuft noch der läuft noch geht ins bett und dann kannst du die abwand machen ja vielen dank fürs zuschauen äh nächstes mal seht ihr mich dabei wie ich wahrscheinlich die daumfarm um 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 disponieren und ich werde ihn aus der luft überwachen ja genau alles wieder was ist das tschüss 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 da ist was in der luft oh nein wir sind blitzdings ne weiß ich nicht äh aufnahmewerk ja das ist an einmal ja und das ist